Sandro Botticelli Sandro Botticelli, auch bekannt als Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, war ein italienischer Maler und Illustrator der Renaissance. Er wurde 1445 in Florenz geboren und starb dort im Alter von 65 Jahren. Es wird angenommen, dass Botticelli ab 1500 aufgrund einer Behinderung nicht mehr malen konnte und stark verarmte. In frühen Jahren malte Botticelli überwiegend Porträts, die die Medici und die Parteianhänger zeigen. Spätere Werke sind expressiver gestaltet und enthalten Elemente der Gotik. In diesen Gemälden werden Figuren der griechischen Mythologie und Allegorien dargestellt, wobei oft ein Bezug zur Gegenwart hergestellt wird. Er ist vor allem bekannt für seine Gemälde »Die Geburt der Venus« und »Die Primavera«, die beide zu den berühmtesten Werken der italienischen Renaissance gehören. Botticellis Malstil ist durch eine ausgeprägte Klarheit und Detailgenauigkeit ausgezeichnet, die durch die Verwendung von hellen, leuchtenden Farben und feinen Linien noch verstärkt wird. Er bevorzugte eine präzise Perspektive und realistische Darstellungen von Gesichtern und Körpern. Zudem war er bekannt dafür, dass er seine Figuren in dynamischen Posen darstellte, die die Bewegungen und Emotionen der Personen auf dem Gemälde widerspiegelten. Er beginnete den Ganz offen. Vielen Dank.